Vor zwei Jahren hatte ich die Erinnerung, da war ich mit Merlin eine Gartensiedlung in den Stöcken, wo ergeblich noch kein Schnee fällt hier. Ich geh mal jetzt mit ein und monatischer Inspiration. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Es wird alles schön gesund und munter. Wie gut ist das? Schön, aber kalt. Halbwinter, ne? Ich wünsche euch was. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Mal durch den Garten, zieht noch in den Stücken. Der immer grüne Idex. So groß sieht der Winter nicht aus. Da ist er. Der Wartipatschnute. Auch genannt Merlin. Das ist kein Idex. Hab ich keine Ahnung. Zwischen ist er. Egal. Sieht schön aus. Oder nicht? Ich find's noch ein bisschen grüner. Sieht schön aus. Wenn das schon nicht schneid. Soll nämlich morgen nicht schneiden. Soll morgen regnen. Sieht schön aus. Und in der Sonne, meine ich auf jeden Fall, ist der Grün immer irgendwie anders, oder? Die Sonnenstrahlen da drauf. Rechten. Ja, okay. Ich wünsche euch was. Ciao. Schöne. Schöne. Die Sonne. Ich wünsche euch auch mal. Die Sonne.